Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch Halloween Muffins backen. Wir brauchen einmal 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Trinkschokoladenpulver oder Trinkkakao, was ihr zu Hause habt, 110 Milliliter Mandelmilch oder normale Milch, das ist jetzt die vegane Variante, 150 Milliliter Sprudelwasser und 40 Milliliter pflanzliches Öl. Dann ein Päckchen Vanillinzucker und ein halbes Päckchen Backpulver. Das gebt ihr dann alles in eine Schüssel. , und dann 2业 Stunden bis heute kurze Holt trouve, in 10 Minuten vierst ein halbes Päckchen. So, die Muffins sind jetzt ausgekühlt und jetzt werde ich mich mal an die Verzierung machen. Ich habe hier einerseits von Oreo diese Halloween Edition mit Vanillegeschmack, die sind innen drin orange. Ja, genau wie man hier sehen kann. Und dann habe ich hier auch noch den Fondant, also einmal in Schwarz und Weiß. Der ist von Kaufland und den habe ich bei Teddy gesehen. Auch verrückt, das ist die doppelte Menge für den gleichen Preis, aber ja, bei Kaufland gab es nur Weiß. Und da habe ich dann auch diese Augen mitgenommen, die dann später für die Spinnen und Mumien verwendet werden. Und hier habe ich auch schon die Spinnenbeine vorbereitet. Also, jetzt werde ich mal beginnen, den Fondant auszurollen. Grundlage für unsere Mumie. Grundlage für unsere Mumie. Nummer 2. Grundlage für unsere Musik. Gut. 4 können Sie in der letzten Jahre. Ja jetzt? Wir haben dann schon nach Hübschen. Ja. 아닐. Gut. Ich bin schon. Es bin schon. Ja. Wir sind auch schon. Ich bin schon. Wir sind. Ich bin schon. 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 Ja. Ich bin schon. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Fertig ist die Mumie Als nächstes nach der Mumie kommt dann der Spinnen-Muffin Dazu brauche ich einen weißen Untergrund Dann kommen auch schon die Spinnenbeine in Einsatz Das eine Beine ist ein bisschen verkrüppelt Dass das Ganze besser hält Kleben wir das einmal mit dem Fondant fest Dass das hier zusammenhält Wenn nicht so weit raus Dass man das unter dem Oreo auch nicht sieht Und dann befestigen wir auch was an dem Oreo Und dann kleben wir das hier drauf Und dann brauchen wir auch wieder unsere Augen Diesmal nehmen wir diese süßen Augen Und fertig Ist die kleine süße Spinne Ja und dann bleibt uns nur noch das Schwierigste Und zwar die Fledermaus Und dann möchten wir Auf den Muffin So die Fledermaus kleben Dass sie quasi so steht Und dann aus dem zweiten Oreo Die Flügel machen Erst formen wir noch zwei Ohren Für die Fledermaus So Formen wir Zwei süße Ohren Gleichmäßig sieht anders aus Aber mit viel Fantasie kann man erkennen Dass das zwei Ohren sein sollen Dann wollen wir hier den zweiten Oreo In zwei Teile brechen Und daraus machen wir dann die Flügel Jetzt muss der nur gleichmäßig gebrochen sein Deswegen passen wir das ein bisschen an Jetzt klebt zumindest schon mal der Körper Und dann wollen wir solche Flügel haben Für den ersten Versuch ist es doch gar nicht so schlecht geworden Also das sind jetzt die Flügel Und hinten habe ich sie zusammengeklebt So Fledermaus ist fertig Also wenn ich das kann Dann kann das glaube ich jeder So Untertitelung des ZDF für funk, 2017